Hi Gude und herzlich willkommen beim MishkaCast, deinem Podcast zu Pen & Paper und Hörspielen. Dem Begleit-Podcast zu unseren Hörbuchprojekten, aktuell zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Heute machen wir erstmal so einen ersten Aufschlag zu der Fanfiction und mit mir meine ich heute den guten Yajirobi, der mir dankterweise dabei hilft. Ja, nur da draußen. Und ja, meine Wenigkeit, wir schauen uns jetzt mal das Hörbuchprojekt so ein bisschen an. Und ja, würde ich sagen, starten wir mal los. Hast du irgendwelche Fragen auf der Pfanne, Yajirobi? Ja, ich darf heute Fragen stellen, bevor du nachher in den nächsten Folgen allen anderen Leuten Fragen stellst. Fangen wir doch mal mit der ersten grundsätzlichen Frage an. Wie bist du ins Potterverse eingestiegen? Warum bist du hier? Was bedeutet dir das? Was ist das für dich? Ja. Ich glaube, die Potterverse-Definition von mir ist rein Blut. Also diejenigen, die die Bücher gelesen haben und die Filme geschaut haben und sich auch so ein bisschen mit dem Hintergrund beschäftigen. Also ich beschäftige mich mit dem Potterverse seit 2000. Ich glaube, das war kurz bevor der Feuerkelch rauskam. Meine damalige Freundin war großer Harry Potter Fan. Ich war ein riesen Fantasy-Bücher-Fan und bin dann durch sie drauf gestoßen. Hab dann mit ihr die Bücher gelesen, gegenseitig vorgelesen. Und dann kamen die Hörbücher von Rufus Beck raus. Die haben halt quasi in Dauerschleife gesuchtet, wenn wir irgendwie unterwegs waren im Auto oder einfach zusammensaßen. War die Frage Filmeabend oder die Harry Potter-Filme gab es ja damals noch nicht. Filmeabend oder Hörbücher, dann haben wir Hörbücher gehört oder uns halt gegenseitig vorgelesen. Und das war damals schon sehr ansteckend. Dann kamen natürlich die Bücher, die Spiele mit dazu, die das noch ein bisschen plastischer gemacht haben. Und für mich war halt da nichts näher liegender, als irgendwann im Pen & Paper zu sagen, hey Leute, lasst uns doch mal Harry Potter spielen. Und wir haben dann eine Harry Potter Pen & Paper-Runde mit dazu aufgemacht. Am Anfang mit Serie, Joe Rerion und Enigmon. Das hat sich dann so ein bisschen gewandelt mit der Zeit. Und ja, das war halt einfach ein tolles Gefühl, in diese Welt abzutauchen. Und genau das macht das Potterverse für mich auch aus. Es ist eine unglaublich plastische Welt im Sinne, man kann sich die Orte unglaublich gut vorstellen. Also ich kann gedanklich unglaublich schön sonntags, nachmittags bei Regen, wenn der Regen ans Fenster prasselt oder Schnee ans Fenster schneit, mich irgendwo in Ruhe hinlegen, wenn gerade nichts zu tun ist und gedanklich durch die Winkelgasse laufen und dann irgendwie ein Sundae oder Crêpe oder sowas von Fortescue riechen oder den Biergeruch im tropfenden Kessel. Es ist einfach eine Welt, die mich echt greift. Das klingt doch schon mal sehr gut. Dann kam ja irgendwann diese Fanfiction. Wie bist du auf die Idee gekommen, diese Fanfiction, wahrscheinlich hast du sie ja zuerst mal gelesen, aber dann überhaupt auf die Idee zu kommen, das zu vertonen als Hörspiel? Wie kommt man darauf? Ja, das ist eine verdammt gute Frage. Also zum einen bin ich auf das Thema Fanfiction gekommen, weil ich dann irgendwann gehört habe, es gibt Fanfiction. Da sagte ich, du hast das von Harry Potter alles x-mal gehört, gelesen. Guck doch mal, ob es Fanfictions gibt. Und dann gab es da auch eine Riesenschwämme von, wo ich dachte, wo fängst du denn an? Habe mir dann erstmal die kurzen durchgelesen. Das waren halt Kurzgeschichten. Kurzgeschichten, ich als Fantasy-Roman-Fan, da fehlte dann irgendwie so ein bisschen Fleisch am Knochen. Dann habe ich irgendwie mal rumgegoogelt, was ist denn eine Bekannte oder Ausgezeichnete. Und in der Tat hat die Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit auf Fanfiction.net mehrere Preise gewonnen. Und dann dachte ich, na, fängst du die mal an zu lesen. Und dann dachte ich, boah, was ist das für ein Riesending? Naja, kannst du ja mal das erste Kapitel lesen und dann guckst du, wie es ist. Das hat mich am Anfang, muss ich ehrlich sein, sogar ein bisschen abgeschreckt, als sie dann schrieb, naja, es ist eine alternative Weiterentwicklung. Also sie hat angefangen, bevor das siebte Buch erschienen ist und hat da quasi direkt angefangen, nach dem sechsten Buch zu schreiben. Hat insofern sehr gut vorausgesehen, dass es da so einen Showdown zwischen Voldemort und Harry gibt und Harry gewinnt und dann die Welt weiter sich entwickelt. Und relativ schnell war mir klar, warum diese Fanfiction Preis gewonnen hat, weil sie war unglaublich gut geschrieben, spannend geschrieben. Also es gibt natürlich auch Fanfictions von, es sind halt alles Hobbyautoren. Da merkt man, manche fangen neu mit dem Schreiben an. Muggelchen, glaube ich, hat schon viel geschrieben und hat einfach ein Megahändchen dafür. Ich weiß es nicht. Wie sie auch Charaktere weiterentwickelt, Tiefe entwickelt. Deine Frage war ja ursprünglich, warum ich dann angefangen habe, die Fanfiction einzulesen, weil ich mich gerne meinen Ängsten oder meinen Problemen stelle. Und ein großes Problem mein ganzes Leben lang war, neue Texte laut vorzulesen. Dann habe ich mega geholpert und gestottert und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, boah, du hast jetzt schon Patenkinder, irgendwann wirst du mal Großvater werden, du willst denen doch auch mal Geschichten vorlesen. Ja, dann fang doch mal an, Geschichten zu lesen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also habe ich dann das mal laut gelesen. Da gedacht, wenn du es sowieso laut liest, dann kannst du es ja auch gleich aufnehmen und bei dir auf den Kanal stellen. Da haben wir schon die Harry Potter Pen & Paper Runde gespielt. Vielleicht haben die Leute ja da Spaß und Bock dran. Und es kam relativ schnell relativ viel Feedback rein dazu, dass es echt toll ist und so weiter und so fort und dass es mal sowas gibt. Und dann dachte ich mir ja, okay, ich hatte ja die Fanfiction dann quasi in vier Wochen jeden Abend stundenlang gelesen, durchgesuchtet und ich wusste, es gibt unglaublich viele Charaktere. Also die normalen Harry Potter Charaktere von den Weasleys über Malfoys und so weiter und so fort. Aber die Autorin hatte auch noch Charaktere dazu entwickelt, die es im Buch nicht gibt. Da dachte ich, okay, wenn du der Sache ordentlich Leben einhauchen willst und ich bin halt noch kein ausgebildeter Hörbuchsprecher, so wie Rufus Beck oder kein ausgebildeter Schauspieler, ich kann so ein paar Stimmen machen, aber in der großen Varianz, das traue ich mir bis heute nicht zu oder will ich mir auch gar nicht anmaßen. Da habe ich einfach an der großen Community um Nordpol rumgefragt, hey, hat jemand Bock mitzumachen? Und dann haben sich halt Leute wie du gemeldet und gesagt, ja klar, geile Idee, lass uns mal machen. Und das war so einer der Hauptdinge oder der Hauptpunkte für mich, warum ich das überhaupt immer noch mache. Also nochmal um die Dimension zu beschreiben, der Fanfiction, die ist zweimal so dick wie die Bibel. Da hast du schon eine Zeit lang zum Lesen an dem Ding. Und dass dann so viele Leute sagten, ja klar, Mischka, machen wir da mit. Wenn du so ein Projekt aufziehen willst, sind wir mit dabei und sprechen da auch mit ein. Die Leute liefern regelmäßig Material und geben mir auch selbst Feedback. Hey, supergeile Geschichte. Danke, dass wir dabei sein können und so weiter und so fort. Im Endeffekt, jetzt ist es jetzt geschätzt, also die ganze Fanfiction hat anderthalb Millionen Wörter. Die Bibel hat 730.000, also 2,1 mal so viel wie die Bibel. Und geschätzt, wenn das ganze Ding fertig ist, einlesen, haben wir 263 Stunden Hörmaterial, also 11 volle Zeittage Duschhören, an Hörmaterial, was halt ein Riesenbrecher ist. Das ist schon ein ganzes Ding, ja. Genau. Vergleich übrigens, die Originalbücher haben in Anführungszeichen nur 136 Stunden Hörmaterial. Also wir haben Pi mal Daumen mehr als das Doppelte an Hörmaterial dann, wenn wir fertig sind. Immer mit dem Gedanken, na, es ist auch so ein bisschen Legacy, die man irgendwann mal hinterlässt. Also ich habe jetzt nicht vor, morgen einen Löffel abzugeben, aber wenn ich mir jetzt denke, dass meine Urenkel vielleicht irgendwann nochmal das Hörbuch lesen und dann die Enkel sagen können, hey, das ist euer Urgroßvater, der das eingesprochen hat mit einem Haufen bekloppten Freunden und die haben da Spaß dran. Oder halt auch generell Leute, die gerne Hörbücher hören, gerne von Harry Potter träumen und das ist halt auch genau das, was ich wiedergespiegelt kriege in den Kommentaren, was mir unglaublich viel Energie begibt. Leute, die sagen, hey, Mischka, für mich Standardprogramm, Sonntagsabends zum Einschlafen oder festes Ritual mit den Kindern, quasi mit einer Tasse Kakao vor dem Computer sitzen Sonntagsabends und das Hörbuch hören. Das ist einfach besseres Feedback und bessere Motivation kann ich nicht kriegen. Das kann ich absolut verstehen. Das ist auch wirklich immer toll, was man so in den Kommentaren so liest. Das ist einfach der Hammer. Ja, und dann hast du ja ein paar Charaktere selber. Selbstverständlich Harry Potter selber. Das muss natürlich sein. Was gefällt dir denn an Harry Potter direkt, also an dem Charakter? Also zum einen, es ist der Charakter mit Abstand dem meisten Sprechmaterial und so wie es meine Art ist, habe ich mir gedacht, das kannst du jetzt echt keinem aufs Auge drücken. Ich bin jeden Morgen, wo ich aufstehe, aufs Neue Froh drum, dass ich Menschen gefunden habe, die so Riesenbolzen wie Snape und Hermine mit einsprechen, was halt wirklich jedes Kapitel haben, die Sprechmaterial und nicht wenig. Also wirklich viel Arbeit. Auf jeden Fall Shoutout an die, auch an alle Sprecher. Danke für die Sache, die ihr macht. Harry Potter habe ich für mich gedacht. Klar, er wird dann so als der, ich will es jetzt nicht sagen, Superman oder Neo der Zaubererwelt gesehen. Er ist halt dann ganz besonders am Anfang der Fanfiction, kommt es immer raus, der mächtigste Magier in der Zaubererwelt. Also sogar, wird dann gesagt, also ausdrücklich gesagt, sogar mächtiger als Dumbledore oder Voldemort. Und er macht auch so ein paar Magic Perks zwischendrin, wo sich halt dann wieder keiner erklären kann, wie das hinbekommen hat. Er hat aber genau die gleiche Schwäche wie Superman. Er will quasi das Rampenlicht nicht. Also er ist ein absoluter Underdog. Er hat auch sein persönliches Leid ganz am Anfang, also er muss dann irgendwann, wie ja auch in den Filmen dann gesagt wird, mit Ginny Schluss machen, weil es zu gefährlich für sie werden würde. In der Fanfiction war es nochmal ein bisschen mehr dramatisiert. Ginny hat dann sogar am Anfang sich einen anderen Freund genommen, der so ähnlich aussah wie Harry. Harry wusste davon, das war dann nochmal doppelter Herzschmerz. Also sehr, sehr viel Kontroversen in dem Charakter, sehr, sehr viel Herausforderung jenseits des Kriegs in der magischen Welt, die zu erledigen war und ich habe zum Beispiel öfter das Feedback bekommen, ich würde ihn ein klein wenig zu wehleidig darstellen. Ich habe die Stimme auch bewusst so ein kleines bisschen höher gewählt, um ihm nicht so die tiefe Sattelfestigkeit und Weltgewandtheit zu geben. Angelehnt so ein bisschen an die Filme, wo ja quasi Hermione das Brain ist im Gegensatz zu den Büchern, da kann er gefühlt ein bisschen mehr, aber ich fand das gar nicht schlecht, dass er in Anführungszeichen bei ganz vielen Sachen mega viel Glück hatte, dass es ihm geklappt hat, sich immer auf seine Freunde verlassen konnte und dass er so wie er am Anfang dann quasi alleine dasteht, zwar nach außen hin stark, aber nach innen ein sehr verletzlicher Charakter ist, was halt auch eine unglaubliche Komplexität in denen, wie die Rollen von Situation zu Situation gespielt werden, also mal aufbrausend, mal ein bisschen feixend, mal aber auch sehr verletzlich, ausdrückend. Und ja, ich habe mich einfach riesig gefreut, so einen unglaublich komplexen Charakter zu spielen, also im Vergleich dazu, auch wenn Snape viel Sprechmaterial hat, ist er als Charakter einigermaßen einfach zu spielen, entweder rumschreiend oder sarkastisch, dann hast du Snape fertig gespielt. Und ich muss ehrlich sagen, da macht Joe einen mega geilen Job. Also da hätte ich zum Beispiel gesagt, ich hätte, selbst wenn ich Snape irgendwie das halbe, ganze halbe Fanfiction eingesprochen hätte und hätte dann was von Joe bekommen, ich hätte meine Sachen alle in den Müll geworfen, weil er kann das einfach so mega gut, diesen ironischen, sarkastischen Ton, den du brauchst und das glaubwürdig rüberzubringen, einzusprechen. Das stimmt allerdings, da ist er wirklich genial drin. Was findest du denn im Gegensatz zu Harry Potter in Filmen und Büchern, wie ist er anders oder was ist anders in der Fanfiction? Diese Lichtgestalt im Sinne von der reinen Seele. Also es gibt so viel unglaubliche, viele Beispiele in der Fanfiction, wo halt wirklich einfach rauskommt, er ist durch und durch ein guter Mensch. Er ist einfach eine gute Seele, der anderen Menschen helfen will. Das ist nochmal krasser dargestellt als in den Büchern, also gerade in den Büchern bezogen, also ich glaube eher auch in den Filmen, wird es nochmal, finde ich, von Daniel Radcliffe nochmal ein bisschen heftiger dargestellt, wo er auch Situationen hat, wo er noch zornig ist und was nicht versteht, also auch auf Dumbledore zornig ist und so weiter und so fort und auf seine Freunde und in den Büchern beziehungsweise in der Fanfiction ist es so, finde ich, da hat er innerlich so ein bisschen resigniert und hat auf irgendeine Art nicht mehr die Kraft für Zorn, hat dadurch aber auch eine Weisheit erlangt, die es ihm hilft, Verständnis für die Probleme von anderen zu zeigen. Zum Beispiel, ohne jetzt zu viel zu spoilern, taucht dann Narcissa Malfoy nach einer Zeit lang wieder auf und ich weiß es nicht, am Ende vom siebten Teil ist es dann so, dass er nicht mehr ganz so einen dicken Prass auf die Malfoys hat und es nochmal so ein bisschen klarkommt, aber mit welcher Offenheit und Hilfsbereitschaft er auf, und das siebte Buch ist ja nicht geschehen, dann mit Draco zusammen auf seine Mutter, die sie irgendwo im Wald finden, sozusagen zugeht, das macht einfach einen Charakter aus mit einer absoluten ehrlichen Grundgüte, da ist er, finde ich, nochmal einen Tick erwachsener geworden, einen Tick entwickelter, einen Tick weiser geworden, als er in den Büchern oder in den Filmen ist und das finde ich halt einfach auch passend, als Fakt, dass so ein Krieg einfach nicht Wodos an einem vorbeigeben kann, klar kann man durch so einen Krieg auch zum Berserker werden und die Welt hassen und alle umbringen wollen und so weiter und so fort, aber das war, Harry Potter fand ich sowieso noch nie und dass er sich, um mal Parallelen zu anderen Fiction-Figuren zu ziehen, noch mehr Richtung Captain America gegangen ist mit seiner guten Seele, finde ich sehr schön, ist für mich sehr ansprechend bei dem Charakter. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und dann hast du hier noch ein paar andere Charaktere. Genau. Und fangen wir doch an mit Lucius Malfoy. Das ist in der Tat ein absoluter Hassliebe von mir und Lucius. In den Filmen habe ich ihn absolut gehasst, in den Büchern so semi, als dann in der Fanfiction rauskam, boah, er sitzt im Knast und kriegt seine Rechnung und hat auch noch quasi körperliche Leiden, da habe ich mich so mega gefreut. Und dann entsteht aber so ein Twist in der Story, er ist der einzige alte Hardliner, also selbst Draco und seine Frau, die gehen jetzt alle so in Richtung, ah, und das mit dem Rheinbüter war ja gar nicht so die Mega-Idee und Harry ist eigentlich ein ganz Netter und ich glaube, Lucius denkt sich 24 Stunden und sagt, sag mal, habt ihr alle gekifft? Was ist mit euch los? Wo sind eure Werte hin? Und halt auch genau diese Art von Stimme, die das permanent ausdrückt. Ich bin der Aristokrat. Ich bin der, der hier die Zügel in der Hand hat. Ich habe vorher mal, bevor Voldemort quasi das Ministerium gesprengt hat, war ich die graue Eminenz, die alle irgendwie im Sack hat. Und so ist es ja auch in der Fanfiction, dass er quasi über Hinz und Kunz irgendwelche dreckliche Wäsche weiß und versucht, das einzusetzen und dann spucken ihm andere in die Suppe und er denkt sich, Leute, was ist mit euch los? Ich habe meine Taktik. Aber er kriegt dann von verschiedenen Charakteren, nicht nur von Harry und seiner Familie, gezeigt, dass Ehrlichkeit auch funktioniert. Und dann ist er dann da pissig und muss sich dann mit einer Welt abfinden, wo sein Haus umdekoriert wird, was ihn mega anpisst, weil es Draco zu dunkel ist und Harry Potter dann der Patenonkel von seinem Enkel wird und so weiter. Also ganz, ganz viele Ecken und Kanten, wo er dagegen stößt. So eine Hassliebe zu Snape hat, der ja Patenonkel in der Fanfiction von Draco ist und die dann ab und zu mal zusammenkleben und über die anderen lästern und sticken und es gibt auch Situationen, wo Snape halt Malfoy gerade raus ins Gesicht zimmert, also aufs Maul haut für einen Satz, den er macht und er dann quasi auf die harte Tour gezeigt bekommt, so läuft die Sache nicht. Lucius ist für mich auch ganz genau, wie du das sagst, in den Filmen fand ich ihn ganz furchtbar. Aber so im Laufe dem, was ich bis jetzt gehört habe von der Fanfiction, ich meine, ich habe sie selber noch nicht komplett gelesen, ich finde ihn stark, ich finde ihn richtig stark. Ja, genau so wie du das sagst, das ist der Hammer. Ja, ein schöner Charakter und er hat sich im Gegensatz zu den Büchern hat er sich gar nicht so viel gewandelt, er wächst jetzt mit am Ende, im Laufe der Fanfiction wächst er so ein bisschen. Man muss halt bedenken, die krasse, mega Enttäuschung, die er im siebten Buch bei Voldemort erfährt und dieses Verzweifeltsein, das gibt es in der Fanfiction jetzt nicht so stark, also er ist doch noch ein bisschen mehr Anhänger des dunklen Lords in der Fanfiction, aber als krasses Gegenteil hat er quasi seine Frau in Anführungszeichen am Anfang der Fanfiction verloren, die dann später wieder gefunden wird, aber er denkt halt, sie ist tot und hängt halt in Asgabar und hat halt so Null Bock irgendwie weiterzumachen und rafft sich aber dann wieder zusammen und sieht irgendwo Licht und dann halt noch in einer Welt, die so gar nicht mehr seine ist, also es ist ein unglaublich gebeutelter und geplagter Charakter und der Knackpunkt ist, er macht trotzdem weiter, deswegen liebe ich ihn, auch wenn er sagt, okay, meine ehemalige Frau ist jetzt, also meine Frau, die ehemalig genauso kritikt hat wie ich, die ist jetzt gegen mich, mein Sohn ist gegen mich, mein Haus gehört mir nicht mehr, ich habe keine Kohle mehr, ich habe keinen Einfluss mehr, am Anfang ist er quasi noch körperlich behindert, weil er nichts sieht, das kommt dann zum Schluss wieder einigermaßen in die Richtung, ich muss gut Freund und Lächeln machen, wenn Harry Potter mein Haus betritt, aber ich mache trotzdem weiter, ich schmeiße die Frau Flinte nicht hin, weil ich bin Lucius Malfoy. Ja, genau, genau so ist er und wie gesagt, das finde ich super stark und dann haben wir noch den Sid Duval, das ist in der Tat ein Charakter, der so nicht in den Büchern und in den Filmen vorkommt, ein unglaublich toller Charakter, ein Anwalt aus der magischen Welt, der tatsächlich gar nicht wirklich so aus der Welt von Hogwarts kommt, denn er ist in Durmstrang ausgebildet worden von Igor Karkarov, hat deswegen eine ganz eigene Sichtweise auf Todesser und was sie so machen, weil sie seinen Schulleiter, den er auch noch wirklich sehr gut leiden konnte, quasi dann irgendwann verfolgt und getötet haben und er ist so der krasse Underdog, er arbeitet im Ministerium im Bereich magischem Recht und wird halt von jedem gedisst, kriegt nur die Scheißaufgaben und hat einfach keinen Bock mehr, macht aber ähnlich wie Lucius einfach weiter und kriegt dann irgendwann den Auftrag, in der Hoffnung von seinen Vorgesetzten, der sein halt total versemmelt, Lucius vom Zaubergammoth zu verteidigen, mit dem Gedanken, naja, der blamiert sich halt total und da zeigt er halt seine absolute Stärke, der Akribie in den kleinsten Details, die Lucius und er konnte Sid am Anfang überhaupt nicht leiden, das ist halt irgendein Ministeriumstrottel, der ihm vertreten soll, wo er keinen Bock drauf hat und der macht ihn am Anfang echt super dumm an und Sid stellt relativ schnell klar, obwohl er, und ich habe es gerade auch mit der Sprache, die ich für ihn entwickelt habe, gemacht, dass er auch irgendwie so Richtung Treudoof geht vom Wesen her, aber einen messerscharfen Verstand hat, also er ist grundehrlich, grundsolide, passt sehr gut zu Harry vom Typus her, hat aber einen messerscharfen Verstand, der wahrscheinlich Lucius sogar überlegen ist und findet dann Formulierungsfehler, Loopholes, rechtliche Lücken in den Anklageschriften des Gamots und in Kapitel 64, 65, 66 macht er halt das Zaubergamot platt und Lucius ist einfach nur da und denkt sich, ja, ist ja gar nicht mal so schlecht, der Kleine. Ja, wieder erwartend schafft er es dann später, Lucius wirklich straffrei zu boxen, obwohl der eigentlich, keine Ahnung, 22 Jahre hätte in Asgaban versauern sollen, was natürlich für eine riesen Furore sorgt, er dann quasi, weil er so erfolgreich ist, aus dem Ministerium rausgeschmissen wird und dann so ein bisschen kopfhängend quasi in der Winkelgasse rumsitzt und sich denkt, was mache ich denn jetzt, aber dann mit Kingsley Shacklebolt einen coolen Ansprechpartner findet, der nämlich, der überarbeitet alle Gesetze zum Schutz der Muggel, zum Schutz der nichtmagischen Wesen und Trallafitti hin und her kommt halt überhaupt nicht mehr rund, ist total kaputt überarbeitet und da sagt der Sid, naja, mach ich doch mit. Trifft sogar noch eine Herzensdame weiter später, aber das lasse ich jetzt mal als Geheimnis offen, von der man sich glaube ich so, also ich zumindest, die ganze Fanfiction durchgewünscht hat, die muss doch irgendwie mal einen abkriegen, die kann doch nicht immer nur die Scheißarbeit machen, ja, und das gibt da ein schönes Happy End, was mich persönlich sehr gefreut hat. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich fand den auch einfach direkt von Anfang an, ich kann dir gar nicht sagen, so genau wie, aber irgendwie habe ich ihn direkt gemocht. Das ist so ein, ich mag den Charakter unheimlich. Ja. Und dann haben wir noch einen vierten, das ist Mr. Heat. Mr. Heat ist eigentlich so genau gar nicht mein Charakter, aber ich mag ihn, also ist er ein verschlagener Händler für magische Zutaten, der also sehr dubios ist, also ist er nicht so ein krasser schwarzmagischer Händler, wie es in der Nocturngasse gäbe, wie bei Borgans und Birx, der irgendwie schon so versucht, irgendwie seinen Namen hochzuhalten, aber auch viel mehr Schein als sein ist, aber halt ein sehr verschlagener Typ und Hermine ist halt aufgrund dessen, dass sie sehr seltsame Sachen für den Trank, den sie brauen will, um Severus zu helfen, immer mal wieder mit ihm verkoppelt. Severus sagt am Anfang, da Betrüger, da geht er auf gar keinen Fall hin, der zieht ja die Unterhose aus und wieder an und das erste Mal, wo sie da einkaufen, zieht er die halt auch krass nach Strich und Faden ab, muss Harry nochmal extra auf die Bank gehen, um Geld abzuheben, um das zu bezahlen und es sind x-hundert Galleonen, wo er da auf den Tisch legt und Hermine ist total beschämt. Und das ist halt so ein Charakter, wo ich, ich nenne ihn immer Ebenezer Scrooge, weil ich die Stimmfarbe mal für einen Weihnachtstream, wo wir Call of Cthulhu in der Drei-Weihnacht-Geister-Geschichte gespielt haben, da habe ich diese ja genau Stimme damals so für mich entwickelt und die finde ich super passend zu ihm, also so eine rauchige Stimme mit Rasp drin, die halt sofort meine Stimme hört, aha, das ist ein verschlagener Hund, pass auf, der zieht dich über den Tisch und will dir die Reimungswärme als Nestwärme verkaufen. Und da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, irgendwie so einen Typen einsprechen zu können und ja, passte, fand ich, zu Mr. Heat sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ich persönlich liebe solche Charaktere, die so ein bisschen zwielichtig sind. ist so, auch wenn ich spiele, so eher meine Lieblingslieberen Charaktere. Und ja, mir gefällt der richtig gut, was ich bis jetzt von ihm gehört habe. Ganz genau. Ist natürlich auch ein Charakter, finde ich, der nicht auf jeden stoßen könnte. Also zum Beispiel Lucius Malfoy würde wahrscheinlich mit ihm den Boden aufwischen. Ich weiß nicht, ob Harry ihn überhaupt ernst nehmen würde oder keine Ahnung, was ihn brainwaschen würde oder wie auch immer. Also so Hermine, mit dem man rumdiskutieren kann. Severus, der da auch mal krassen Konter gibt bei Aktionen. Also wir treffen später auf jeden Fall noch mal aufeinander. Am Anfang ist es nur Hermine. Da ist er gut aufgehoben. Und dann, wie du schon sagtest, Sid und ich glaube auch Mr. Heat sind ja beide nicht in den Büchern vorhanden. Wie würdest du sagen, wie hätte man da einbauen können? Oh, schwierig. Also in der Tat ist es ja so, dass gerade im, jetzt muss ich überlegen, fünften Teil ist, nee, boah, jetzt, mea culpa. Also in der Phase, wo Hermine quasi für die Hauselfenrechte kämpft. Nee, ist glaube ich sogar schon der zweite Teil, wo sowas losgeht. Genau, ja. Und dann anfängt, da rechtliche Sachen zu zitieren und so weiter. Da hätte man ihn, finde ich, also Sid sehr gut einbauen können, dass sie ihn kontaktiert und die zusammen irgendwas aufhecken. Es wird allerdings nie gesagt, wie alt Sid ist und wie viel früher er aus Dormstrang raus ist, beziehungsweise, ja, gute Frage. Er hätte zum Beispiel mit der Abordnung von Dormstrang in der Feuerkelche, damit nach Hogwarts kommen können und, wenn er da noch in Dormstrang gewesen wäre und hätte dann mit Hermine irgendwie über Hauselfen diskutieren können und so weiter und so fort. Ansonsten hat aber natürlich die Geschichte außerhalb von Hogwarts nicht viel Freiraum gelassen in den Büchern. Da ist er in der Fanfiction auf jeden Fall besser aufgehoben, hat mehr Freiraum dafür. Mr. Heat wäre natürlich sehr schwer gewesen. Im zweiten Teil, wo sie den Vielsafttrank brauen, da waren sie noch zu jung, als hätten sie irgendwo Sachen einkaufen können, allein irgendwo in der Winkelgasse oder sonst irgendwo. und später, vielleicht im siebten, als sie irgendwo auf der Flucht waren, irgendwelche Sachen gebraucht hätten für irgendwelche Tränke, da hätte man ihnen so als, ich sag mal, Wildcard einbauen können, auf den man sich nicht verlassen will, weil sie werden ja gejagt von den Todessern im siebten Teil, aber mit dem sie irgendwie Kontakt aufnehmen müssen, weil sie irgendwas brauchen. Da hätte man ihn auf jeden Fall platzieren können, denke ich. Ja, klingt gut. Oder selbst wenn es da ist, wo Slughorn dann im sechsten Teil Akromantula Gift verkaufen will, was er Aragog abgezapft hat, da hätte man so eine Szene mit Heat einbauen können, der dann irgendwie sagt, ja, das ist doch gar nichts wert, dass Slughorn versucht, das irgendwie dem billig abzocken und Slughorn hätte dann aber mit seinem Wissen gesagt, ja, na, das kannst du mit einem anderen versuchen, ich kenne die Preise. Wäre auch interessant gewesen, ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja, und ich glaube, soweit wären wir dann mit den Fragen durch. Vielen Dank für deinen Support, Jajirobi. sowohl heute in der Podcast-Folge als auch natürlich bei dem Hörspielprojekt. Gerne, gerne. Ich hoffe, dir da draußen hat es Spaß gemacht beim Zuhören. Es wird auf jeden Fall regelmäßig Folgen geben mit den verschiedenen Sprechern. Wenn du andere Infos in dem Podcast mitbekommen willst über Harry Potter oder andere Hörbuchprojekte, die du auf jeden Fall in Zukunft noch geplant hast, wenn du da Vorschläge hast oder Ideen, entweder, ja, direkt Nachricht schreiben, irgendwo in YouTube kommentieren, mich auf dem Nerdpol anschreiben, mich findet man in verschiedenen Ecken, auf Twitter anschreiben, auf Instagram anschreiben und da kriegt ihr garantiert eine Antwort. Ja, was bleibt noch zu sagen? Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.